Willkommen, liebe Leute, wieder zu FIFA und im letzten Part, da habe ich richtig rasiert, gleich zwei Matches, weil der eine hat gleich abbrochen, wo ich geführt habe und den anderen, dann habe ich auch vor der Halbzeit 4.1 geführt, der hat dann auch aufgehört, cool. Ja und letztes Mal haben wir uns ja über einen Mario-Film unterhalten, was richtig cool war und das mal wieder in Krumm unterhalten wir uns ein bisschen über einen Nintendo World Park, weil der, das ist ja voll cool, also falls ihr es nicht wisst, schaut mal in YouTube Nintendo World Park oder sowas, und also Nintendo hat ja sozusagen in Japan, ich glaube auch in Amerika, gibt es auch schon an, bin mir jetzt nicht sicher, einen richtig coolen Park macht, mit das Pausa-Schloss, das Peach-Schloss, mit Mario-Kart, mit, da gibt es eigene Toad-Burger, auch... und und und... ähm... Ähm... Ich war wieder konzentriert. Du bist quasi in so einer riesigen Ober-World-Map, sag Es ist quasi mitten im Geschehen, es ist so geil gemacht und da habe ich schon mal einen YouTuber auch gesehen, der war dort, sogar ein Deutscher und der bewertet dann das Essen und so weiter, also es ist traumhaft Leute, wirklich. Haha wie geil! Spannend. Ah ja und und, also das Mario Kart Ding, das schaut so genial aus Leute, das ist krass, wirklich, das ist richtig cool. Könnte gefährlich werden, guter Steilpass, voller Pass auf Hazard, gehalten, stark gemacht. Und, ähm, ja, boah, machen wir es wieder. Ah, war noch fast Leute. Okay, ähm, ähm, äh, ja genau, dann natürlich Joschis Island ist dabei, ähm, also so viel coole Sachen, ähm, und halt wie gesagt, einfach die Musik immer abgestimmt und ähm, ähm, es ist, äh, was ich mir wirklich wünsche, dass ich mal in so einem Park bin, das ist so schön. Ja, da bleibt er nicht auf der Linie kleben, sondern geht entschlossen raus. Ähm, ja, also da haben wir uns jetzt eigentlich auch schon schön behalten, also mir würde es auch sehr interessieren, wie ihr das so seht, falls es sich interessiert hat es mit sowas. Ähm, ja, also mir freut sich immer über Bewertungen und Kommentare und so weiter. Also auch was sicher auch, ist ja auch schön, wenn es mehr wird, ähm, und mit den Styles ist sowieso immer cool, weil so geht ja das Video ein bisschen viraler. Ja, ist klar, oder? Genau, genau. Ja, oi, da, den muss er oben. Das ist, das darf nicht passieren, ja. Aber ja, also auf jeden Fall, da nennt er den World Park, weil ja, es kann nicht, dann nehmen wir natürlich, dass ihr dann wisst, was das Thema ist, ne. Ja. Und ja, da war schlecht. Ähm. Guck mal. Flanke auf Müller. Da können sie den Ball erstmal rausbringen. Uh. Ja. Es gibt Freistoß für die Münchner. Ja. Da fangen sie den Pass ab. Ja. 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 Mit viel Übersicht. Sie machen zu, machen das gut, der Angriff wird unterbunden. Äh, jo. Jetzt kann den Benzema. Ah ja, genau. Es gibt natürlich dann auch... Oh. Okay. Ein bisschen viel spüren durch mich. Ähm. Äh, es gibt auch, äh, so, ähm. So auf die Art mit Waggons rennen und so. Also, ne. Also so Achterbahn mäßig und wie gesagt mit Mario Kart. Das ist voll cool. Oder, dass man Münze verfahren muss. Aber es gibt auch so Armbänder mit Mario, Luigi, Peach, Toad. Die gängigen halt auch, ne. Und, also, das finde ich so super von Nintendo. Deswegen. Das würde mich interessieren. Ist das, interessiert euch sowas auch? Ja. So Freizeitpark generell vielleicht sogar. Ja. Und, ja. So, und jetzt konzentrieren wir uns noch ein bisschen auf das Match. Ich weiß nicht, ob das hilft, dass, ja. Dass ich dann so nicht mehr, nicht mitdenke vielleicht. Dass ich einfach nur spüle. Das kann auch helfen, ich weiß es nicht. Und, ja. So, also. Ich bin richtig halbscheu, ja. Komm an. Komm an. Kann über außen kommen. Könnte die Führung werden. Gut abgeblockt. Die Bayern wollen in Führung gehen. Da ist diese Ecke hier die ideale Gelegenheit. Schade. Okay, okay. Dann Resident Evil 4. Da haben wir ja schon mal geredet. Das wird so cool. Das ist jetzt alles mein Mega-Hype. Ähm. Zu, zu, äh, Logo. Zu logisch. Benzema. Er hat die Chance zur Führung. Das Tor durch Ednazar. Er ist einfach ein überragender Spieler. Und hier hat man es wieder gesehen. Aktueller Spielstand, jetzt also 2 zu 1. Du, so spielen brauchst du ja nicht mit mir, gell? Freundchen. Gutes Take-Ming. Alter. Guck mal. Und das gibt Ecke. Sané bringt die Ecke rein. Erstmal geklärt. Komm an. Müller. Stark gearbeitet. We need you, Junior. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Sadio Mani. Ja, starker Pass. Den spielt er steil. Super Marade von Manuel Neu. Boah, das war eine Hochkarätigkeit. Spannend. Modric führt aus. Die Haver sind so geil in dem Spiel. Die Distanz ist natürlich sehr, sehr kurz. Die Wiederholung dieses Tores noch mal fast für einen Lupfer. Da muss alles stimmen. War hier der Fall. Von der Häusper. Ja. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2 zu 2. 2. 2. 2. 3. Gut verteidigt. So durch... Ne. Also... Ne. Ne. So nicht. Gell. Viel besser ist bei mir normal, aber... Ja. Da erobert er den Ball. Manni. Das ist jetzt seine Chance. So, Gefahr ist erstmal bereinigt. Ganz sicher geklärt. Shit, der ist schnull draußen, Gwen. Da geht er vorbei mit dem Trick. Ja, Madrid. Ja, das ist gefährlich. Er hat die Chance. Weiter gefährlich. Nach diesem Block. Ganz stark abgeblockt. Wieder einmal. Er ist heute hellwach. Den fangen sie ab. Naaah. Das mache ich aber volle, volle Gott. Wieder. Modric. Geh, Ueda. Komm. Lächerlich. Das ist natürlich eine überragende Szene. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Sehr gutes Tankling. Das war wichtig. Herr Peter Kur. Bitte zum Ausgang. Widerheit. Danke. Schoss zum Konter jetzt. Bitte. Ja, sie versuchen es weiter. Ah. Die Balle oben. Und da gibt der Freistoß für Real. Alles klar. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Benzema. Er ist frei, da kann was draus werden. Riesenschon. Schiss. Aber neuer ist er. Aus der Distanz. Boah, das war nicht einfach. Die Ecke kommt. Er ärgert sich. Ganz knapp. Knapper Rückstand für die Gastgeber. Kurz vor dem Schlusspfiff dieser Begegnung. Wenn die Bayern noch was erreichen wollen, dann muss es schnell gehen. Dann muss Tempo her. Dann muss Torgefahr her. Alles Attribute, die wir ja eigentlich von den Bayern kennen. Die Wende ist noch möglich. Mhm. Ich bin mir noch nicht so sicher. Machen Sie gut. Steilpass. Dann zieht er ab. Dann zieht er ab. Dann gehen älter natürlich. Also Wolf aus der Distanz. Mehr draus machen. So ist es kein Problem. Die Chance auf den Konter. Da passt er auf. Ganze enge Kiste hier. Es ist nur ein Tor. Und wir haben noch 5 Minuten. Es ist wirklich eng, ja. Das könnte die Gelegenheit geben. Der muss da drin sein. Der Keeper macht diese klasse Torgelegenheit zunichte. Unheimlich ruhig. Unheimlich konzentriert. Stark gemacht. Noch mal. Jetzt vielleicht die Gelegenheit zum Ausgleich. Da ist er da. Er steht gut. Und holt es den Ball. Toll gemacht. Vorbei am Verteidiger. Geh. Alter. Mh. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Könnte der Ausgleich sein. Ah, da kommt er ja nicht an Alaba vorbei. Mh. 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 Danke Leute fürs Zuschauen. War trotzdem cool. Also, was richtig cool aber. Trotzdem, ja. Wenn da ein, zwei Szenen anders laufen, dann hast du plötzlich ein ganz anderes Spiel. Aber das ist Fußball. Es heißt jetzt abhaken und weitermachen. Denn die können dem. Genau. Das ist es. Okay. Danke für Bewertung, Abo. Danke. Kommentar als anderes. Und schreibt gerne was zum Mario5 noch mal Gav. Oder zum, na. Mario, Nintendo World Park. Das ist cool. Okay. Danke, Leute. X-Werf verdient mein. Servus. Tschö.